Der Rasul, sallallahu alaihi wa sallam, erwähnte die Stellung des Nachbars, indem er sagte, Jibril, sallallahu alaihi wa sallam, hat mich so lange auf den Nachbar angesprochen, also er hat mir nahegelegt, den Nachbarn zu achten, so lange, bis ich dachte, er wird auch erben. Denn, also sei gut zum Nachbar, pass auf auf deinen Nachbar, mach deinem Nachbarn nichts Schlimmes. Dein Nachbar ist wichtig. Jibril, sallallahu alaihi wa sallam, hat mehrfach den Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, aufgefordert, gut zum Nachbar zu sein. So sehr, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, dachte, also irgendwann sagt er mir noch, dein Nachbar, wenn du stirbst, kriegt er etwas von deinem Vermögen. Was aber nicht der Fall war. Aber das zeigt, wie sehr die Stellung eines Nachbars ist. Und dies ist ein Zeichen des Glaubens, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll großzügig sein gegenüber seinem Nachbarn. Also es ist ein Zeichen des Glaubens an Allah und an den Tag der Auferstehung, dass du gütig und großzügig und nobel bist gegenüber deinem Nachbarn. Der Umkehrschluss lautet, wenn du schlecht bist gegenüber deinem Nachbarn, dir ist dein Nachbar egal. Du bist laut, du hältst dich nicht an Abmachungen, zum Beispiel, jeder ist mal dran, den Eingang sauber zu machen und so weiter. Du hältst dich nicht, du versperrst den Weg mit deinen Sachen. Allahu alam, was du machst. Das ist kein Zeichen des Glaubens. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, du hast eine Krankheit im Herzen. Würdest du an Allah glauben, würdest du an den Tod glauben, an die Auferstehung glauben, würdest du deinen Nachbarn respektieren. Und dann würdest du darauf achten, dass du deinen Nachbarn nicht belästigst. Das bedeutet, du hast eine Krankheit im Herzen das drehen.